ganz vorsichtig genommen sehr sehr vorsichtig nach Lefa ganz vorsichtig genommen sehr sehr vorsichtig geil vom erste fisch und ein guter und da kommen drei stück nach schaut mal bekommen drei fische hinter den alter ist das geil so vorsichtig gebissen wirklich sehr 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 vorsichtig einfach nur ein anfasser dann war das schon dran dann war das schon dran endlich mal jetzt kommen die wieder jetzt kommen wieder große wasser steigt und fische kommen schon wieder ganz vorsichtig anfassen ganz vorsichtig anfassen diese groß aber wieder hinterher ein nachfolger mega mega so vorsichtig so schwach einfach wahnsinn so vorsichtig ich dachte dass es gras oder so aber es ist ein fisch 40 40 40 60 wieder gleiches punkt wieder vor fläumen farbe geil bis gewesen guter bis 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 jetzt wieder ganz ganz vorsichtig sehr sehr vorsichtig einfach wahnsinn einfach wahnsinn wie die häuschen wie die heute beißen aber mit dieser route spürt man einfach alles alles hammer geil jetzt wirklich das ist aber kleiner fisch aber trotzdem ich habe ich habe diese fisch sehr sehr andeutig gespürt ich habe mir ein bisschen hintereinander und wieder auf gleiches punkt okay geil 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 jetzt so ch couldn't I'm a ich probieren einfach andere Spumn und geil selby sowas relativ helles punkt auf siebener basis hier haben wir muschelform also muschel musste nicht formen musste man schauen wie die jetzt auf hell reagieren ein nachläufer ich hoffe sieht man da schwimmte das ist gegen strömung gestellt strömung aufwärts werde ich mir jetzt noch mal nachholen und noch reagiert ja der reagiert wieder hinterher der schwimmt bis hierhin schaut man das bisher hingeschwommen zweimal aufs punkt reagiert aber jetzt keine chance jetzt hat er mich gesehen jetzt glaube ich nicht dass er mich ich glaub nicht dass jetzt reagieren wird ja der geht weg der hat mich gesehen ja der kommt wieder der kommt wieder sie interessate schon aber der schoi becheckt noch ganz lager sie alles ab geht drei mal nicht geschwommen Das war ein guter Biss, das war Döbelbiss, sehr gut, ja nicht so groß, aber auf Muscheln hier ist mein Spot Oh Biss, ich hab auch irgendwas kleines gewesen Wieder ganz vorsichtig, aber ein guter Biss, ganz 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 vorsichtig Gewissen, wirklich so vorsichtig, habe ich die glaube ich noch nie erlebt, jawohl, ist ein schöner, ein sehr schön so 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 so